Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Lehrerinnen und Lehrer, liebe Bildungsinteressierte, mit den Laptop- und Tablet-Klassen, die noch im September starten, setzen wir die größte Bildungsmaßnahme im digitalen Bereich um, die es je in Österreich gegeben hat. Das Lernen und Arbeiten mit digitalen Geräten wird die Schülerinnen und Schüler fit für die Herausforderung des 21. Jahrhunderts machen. Freilich funktioniert das aber nur mit tatkräftiger Unterstützung engagierter Lehrkräfte. Diese gut vorzubereiten und zu unterstützen, ist uns ein Hauptanliegen und erfordert eine Reihe von Begleitmaßnahmen. Ich freue mich sehr, Ihnen eine, wie ich finde, besonders spannende und potenzialträchtige Begleitmaßnahme vorstellen zu können, unseren neuen Bildungspreis Klasse Lernen, wir sind digital. Er wird von unserer Bildungsagentur ÖAD, der Ars Electronica und dem Bildungsministerium organisiert und richtet sich an motivierte Lehrpersonen, die gemeinsam mit ihren Schülerinnen und Schülern neue digitale Projekte umsetzen. Die Ars Electronica arbeitet seit Jahren hervorragend an der Schnittstelle zwischen zukunftsweisenden Technologien, Kunst und dem gesellschaftlichen Wandel und organisiert seit über 20 Jahren gemeinsam mit der ÖAD den Wettbewerb U19. Dieser digitale, kreative Wettbewerb für junge Menschen findet auch international hohe Beachtung. Er zeigt, wie vielfältig die Auseinandersetzung mit digitalen Welten sein kann. Eine Verbindung von kultureller Bildung mit digitaler Bildung. Beim Bildungspreis Klasse Lernen können Schulklassen oder Teams aus Schülerinnen und Schülern von der vierten bis zur achten Schulstufe mit ihren Lehrpersonen mitmachen. Im Mittelpunkt der Projekte sollen Transformationsprozesse innerhalb der Klasse stehen, mit Fokus auf Lösungen, Nachhaltigkeit, Innovation und Kreativität. Vergeben werden Preisgelder, die unter anderem zur Weiterentwicklung der digitalen Schule am Standort verwendet werden können. Die Verleihung wird nächstes Jahr im Rahmen der PRIX Awards im September in Linz stattfinden. Ich freue mich, die digitale Transformation der Bildung mit Ihnen gemeinsam vor den Vorhang zu holen. und wünsche allen Schülerinnen und Schülern, allen Lehrkräften ein erfolgreiches und eben auch digitales Schuljahr.